So, und jetzt geht's los. Herzlich willkommen beim Selbstlernkurs Kampagnenplanung. Wenn du fünf Aktivistinnen fragst, was eine Kampagne eigentlich ist, dann bekommst du vielleicht sechs oder sieben Antworten. Denn es gibt unheimlich viele verschiedene Definitionen. Ich finde diese drei recht hilfreich. Zum ersten einmal sind Kampagnen klug geplante und dann aufeinander folgende Aktionen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Kampagnen bündeln Energie und ein schönes Bild, wenn die Sonne eine Fläche leicht erwärmen kann, dann kann ein Brennglas ihre Strahlen bündeln und ein Feuer entfachen. Das schafft ihr auch. Kampagnen sind auch Geschichten. Geschichten, in denen du selber Akteurin bist, deswegen wirst du Gestalterin darin. Du kannst aber auch andere einladen, die Geschichte mit zu einem guten Ende zu bringen. Kampagnen haben mehrere Bausteine. Ich glaube, das sind die vier wichtigsten. Der Konflikt, das Problem, um den es geht, das Ziel, worauf ihr hinaus wollt, die Strategie, also euer Weg zu diesem Ziel und dann erst kommt die genauere Auseinandersetzung mit den Maßnahmen, mit den Aktionen, die ihr in die Tat umsetzen wollt. Durch den Kurs möchte ich euch begleiten mit einer Kampagne, an der ich mit viel Freude mitgearbeitet habe. Brot in Not. Da ging es um freien Weizen statt Konzerngetreide. Diese Kampagne ist von vielen kreativen Leuten aus verschiedenen Zusammenhängen begleitet worden. Und wenn wir uns für Brot in Not die Kampagnenbausteine anschauen würden, dann könnte das so aussehen. Wir haben gehört, dass die Bundesregierung die Forschung an Hybridweizen gefördert hat, von sehr erschrockenen Saatgutaktivistinnen, die das mitbekommen haben. Wir haben uns überlegt, das kann nicht sein. Wir wollen, dass diese Förderung gestoppt wird und auch künftig sich die Förderungspolitik der Bundesregierung verändert. Und wir wollen, dass Zugang für Saatgut viel, viel einfacher wird. Das ist weltweit wichtig für die Landwirtschaft und für die Ernährung. Als Strategie sind wir in die Richtung gegangen. Wir wollten die Ministerien, die diese Forschungsgelder gegeben haben, attackieren und adressieren. Und wir wollten einen Druck aufbauen, damit sie ihr Handeln verändern, mit Hilfe von Bäckereien, mit kritischen Bäckerinnen und Bäckern und Saatgutinitiativen. Und dann haben wir ein buntes Bündel an Aktionen entwickelt, von der Online-Petition über Aktionen mit Postkarten. Wir haben ein paar ungehorsame Störungen organisiert und Brötchentüten über viele Bäckereien vertrieben. So schnell geht es aber immer nicht bei der Kampagnenplanung. Erstmal ist es ganz, ganz hilfreich, sich nochmal zu überlegen, was für ein Problem habe ich da eigentlich am Hals? Wie groß ist es und an welchen Stellen kann ich es kleiner und beschreibbarer machen und angreifbarer? Die sechs Fragen, die du hier auf der Folie siehst, haben mir dabei schon oft geholfen. Nämlich nochmal zu überlegen, was spontan fällt uns zu dem Konflikt ein? Dann näher heranzugehen und die Auswirkungen konkreter zu beschreiben und darzustellen, an welchen Beispielen das Problem sichtbar wird. Dann zu fragen, wer ist betroffen? Wer leistet bereits vielleicht Widerstand? Wer ist schon am Thema dran? Und natürlich, wer ist verantwortlich für das Problem? Wer kann es auch verändern? Und jetzt gehen wir wieder zu Brot in Not. In Pink seht ihr, was wir zu diesen Fragen entwickelt haben. Wir haben nämlich festgestellt, wir haben international das große Problem, Saatgut, Vielfalt ist in Gefahr. Der Zugang zu Saatgut ist erschwert und das macht mehr Hunger. Wir haben über viele Jahre immer wieder Beispiele dafür gefunden. Konzerne lieben Hybrid-Saatgut. Das ist eine besondere Züchtungsstrategie und wenn sie Hybrid-Saatgut haben, müssen die Bäuerinnen und Bauern jedes Jahr neu bei den Konzernen Saatgut kaufen. Das geht praktisch nicht anders, weil die Ernte sich so verschlechtern würde, wenn sie das nicht täten. Wir haben gesagt, jetzt in diesem Konflikt fördert die Bundesregierung diese Züchtung von Hybrid-Weizen und das möchten wir nicht. Weil Konzerne profitieren und der Hunger sich noch verschärft. Wir wissen, dass vor allem Menschen im globalen Süden betroffen sein werden. Sie können nicht unterscheiden. Optisch kann man nicht erkennen, ob Saatgut Hybrid ist oder nicht Hybrid. Dann gibt es fiese Missernten. Es gibt auch kritische Bäckerinnen und Bäcker, die verfolgen, wie sich Züchtung eigentlich entwickelt und die sagen, es muss in eine ganz andere Richtung gehen. Wir wussten, dass sich bereits zahlreiche Saatgut-Initiativen engagieren zu dem Thema und Widerstand organisieren, dass es Saatgut-Tauschbörsen im ganzen Land gibt und einiges mehr. Und wir haben ziemlich klar in diesem Fall, die Bundesregierung trägt die Verantwortung für diese Konfliktlage, sowohl das Agrarministerium als auch das Forschungsministerium jeweils mit einer Linie für ihre Forschungsförderung. Wir sind kurz vorm Ende unseres ersten Moduls. Jetzt seid ihr an der Reihe. Ich möchte euch nämlich einladen, zu eurem Thema, zu dem ihr arbeitet, genau so eine Mindmap zu erstellen und zu überlegen, hey, was ist es da genau, was uns auf den Keks geht? Was fällt uns dazu ein? Näher rangehen, genauer beschreiben und überlegen, wer ist betroffen, wer ist vielleicht schon am Thema dran und wer trägt ein gutes Maß Verantwortung für das Problem. Viel Spaß dabei, wir sehen uns im nächsten Modul.